Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Game of Dwarfs mit meinem lieben zwei Buddelfreund, äh, äh, wie heißt er? Yr? Yr, ich ne, ja, Yr, genau. Und Yr ist jetzt hier schon bei meinem besten Dinger ausbauen, wo ich ihn den Kreuzner runterbuddeln lassen wollen würde. Währenddessen mein anderer lieber Buddelfreund hier oben rumwürt noch. Er hat hier hinten schon eine ganze Menge freigegeben. Die sind hier hinten drin bis auf Gold geschlossen noch. Haben hier die nächste Goldallage gefunden, ich kann das hier sehen. Ja, Gold brauchen wir nämlich viel Ausbildung, das hierbei sind. Das ist so ein Punkt, den man auch noch machen muss, so ein bisschen. Ups, Pause wollte ja niemanden, ich will ihn noch nach oben drücken, so. Ein bisschen nach außen mir, ne. Ja. 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 Ich schlage auch mal jetzt. Entsp kommt er sieht interessant aus wie das hier so bauen wenn zu gucken guckt das hat schon was interessant muss man sagen wir haben noch zwei fälle wobei was drin ist wo wir noch runter graben werden tun das jeden fall das ist ganz klar man kommt nicht so daraus dass man wirklich alles drauf kriegt in dem moment also man kriegt die einzelnen sektoren auf ich habe mir alles gesehen so aussieht dann wir sind hier aus doch wir haben es nur schweißen und hohe drauf wir nehmen jetzt mal diese hier wieder weil wir davon wollen haben wir nicht mehr von den leisten Du wirst erst ein Kämpfer. 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 Ich werde das schon wiederholen. die die Erlösung und die Fürzen Höher als 14 ist noch gar keiner, oder? Ich guck mal kurz auf die Krieger, die ich heute habe. Oh, weiter. Pum, man hat's bei Ende, ist egal. Äh, wurde hier neuer Militär, weil ich am Ende genau. Stufe 11. Warte mal, irgendwie kann ich doch... Ich kann nicht die Kamera drehen, irgendwie doch. Muss ich persönlich gehen. Ich kann nicht die Kamera drehen... Vielen Dank. 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 Tschüss.